Aktion confirmed. Your ship is currently being delivered to the launch plan board. Ah ja, man stirbt 1000 Tode, bevor wir noch was hier haben. Tja, der Weltraum ist ein sehr gefährliches Pflaster, anscheinend. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob unser Schiff hin... Boah, da ist gerade einer abgedüst. Warte mal, wir müssen noch da. Und wieder in der äußersten dunklen Ecke steht er. Das ist ja furchtbar, warum das so dunkel ist, warum haben die denn kein Flutlicht hier? Das ist eine Anvil Hornet F7C. Bin ich noch nicht geflogen bisher? Das hier. Takeoff complete. Landing complete. Anvil Aerospace Landing Request, Approved. All Systems, Online. Takeoff complete. Auf Wiedersehen. Landing Request, Proximity Alert. Was ist das, was ist das? Und von außen sieht das Ding so aus. Nicht schlecht. Hat die denn da oben? Nicht schlecht. Ja, okay. Was werden wir zuerst? Wir werden mal schauen, ob wir eine Aufgabe haben. ICC Assistance. Okay, good. So, wir werden mal sehen, wo dieses ICC-Dingens ist. Achso, zeigt er uns jetzt irgendwas anderes oder nicht? Wo dieser ICC-Probe ist? Hier sehe ich nichts. Hier sehe ich nichts. Ich sehe auch nichts. Na ja, fliegen wir mal um diesen Planeten erstmal hoch. So, da rüber, hieb ihn weg. So, ich mache es mit derunächst fest. So, die sind jetzt da ist es. Okay, damit müssen wir noch ein paar davon, dann haben Sie nichts. Report. Da werden wir wahrscheinlich zu unserem Quantum Drive hinbekommen. Ja, das geht. Da werden wir mal mit dem Quantum Drive hinbekommen. Hi. Welcome to the neighborhood. Second class junior cartographer Tessa Ballister reporting in. I'm the eyes behind all the ICC scan probes in the area. What these little guys see, I see. Which, yes, means I can totally see you. Right now. Anyway, there was actually a reason to why I conned. I'm sort of not allowed to leave my post. It's not a jump point scanning and all. So, I was hoping you might be able to help me with something. If you have a second, could you check out these coordinates? Scans are saying something's there, but can't idea. Okay. So, I don't know if we're here yet to go. Cool, oder? Hat sich das jetzt hier erledigt? Vertraut? Wir werden einfach mal hier hinfliegen. Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Was sind denn das für merkwürdige Weltraumgeräusche hier? Vielleicht müssen wir diese Sch... Ist das eine Schöpfung? Scanning. Mal etwas näher untersuchen. So, das sind diese Steuerdüsen, die diese Geräusche verursachen. Okay. Ich verstehe. Scanning. Ja, das sieht aus wie eine Raumstation, oder was ist das? Oder ist das ein Frachter, oder was? Ja. Scanning. Ich weiß nicht, ob man hier auch wo landen kann. Scanning. Wie sehe ich deinen Angeklagten? Ah, da kommt schon wieder auf einmal. Ich hoffe, dass ich hier wieder aufhören kann. After unidentified Wollen wir mal zu dem nicht identifizierten Signal hinfliegen? Und dann erscheinen wir uns da schon wieder zu vertrauen Ja, dann müssen wir wohl mal kämpfen, oder? Es scheint den anderen jetzt aber voll. Ich weiß nicht ob er da irgendwie eingreifen kann. Ich bin nicht nur ein Auto. Fünf Kilometer entfernt, ein Pirate. Böge, Böge, Böge. Böge, Böge, Böge. Böge, Böge. Böge, Böge. Böge, Böge. Böge, Böge, Böge. Böge, Böge. Böge. Böge, Böge. 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 Böge.